Herzlich willkommen zu meinem 31. Kurzvideo zu Windows Grundlagen Grundkompetenzen. Es geht ums Zippen und Entzippen. Was ist das? Ich kann bei einem Computer mehrere Dateien oder auch Ordner zusammenpacken und in ein Paket geben. Das wäre dann so ein Zipp-Ordner, könnte dann dieses Paket dann z.B. per Mail, per soziale Netzwerke dann versenden, damit der andere dann diese Dateien sich dann bequem anschauen kann, ohne dass ich jeder der Einzelne versenden muss. Es geht ganz einfach. Ich nehme einmal die Steuerungstaste im Windows Explorer, markiert sie die Dateien, die ich da hineinpacken möchte. Mit der Steuerungstaste und gedrückte linke Maustaste kann ich die ganz gezielt aussuchen. Dann rechte Maustaste senden an und Zipp komprimierte Ordner. Und all diese Dateien werden dann in diese Zipp-Datei hier gelegt. Es wird mir ein Name vorgeschlagen. Ich verwende jetzt einfach einen anderen, schreibe jetzt hier FGH einfach hinein und habe hier eine Punkt Zipp-Datei. Das ist ja meine bestimmte Dateigröße. Rechte Maustaste kopieren. Ich nehme jetzt diese Zipp-Datei, gehe zu einem anderen Ordner, auf der rechten Seite hier, gehe auf Einfügen und habe dann diese Zipp-Datei mitgenommen. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick hinein mache, sehe ich dann all die Ordner, diesen Ordner und die Dateien, die ich da drinnen gehabt habe. Wenn ich da weiter reingehe, wieder welche. Der Punkt ist jetzt der, ich kann diese Dateien, die sich in dieser Zipp-Datei hier befinden, nicht so einfach hier verwenden. Ich muss sie wieder entpacken. Ich markiere es mir wieder die Zipp-Datei, rechte Maustaste, alle extra hin. Dann wird man schon ein Weg hier vorgeschlagen. Soll alles im Ordner FGH, so heißt ja auch hier meine Zipp-Datei laden. Ich klicke auf extra hin und schon steht auf der rechten Seite hier ein eigener Ordner FGH mit all diesen Dateien, die ich vorher, ich mache mal diesen einen Ordner, das Fenster zu, all die, die ich vorher hier dann in diese Zipp-Datei hineingegeben habe. Ja und das war es eigentlich schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video.